und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play homefront in der letzten folge wurden wir leider entdeckt nachdem wir versucht haben den innenhof dazu infiltrieren natürlich wieder haufenweise leute jetzt wollte ich mir natürlich erstmal einmal hier diese sendestation den sende empfänger einmal übernehmen sowieso ein bisschen wenig was wir hier haben was wir übernehmen können hier ist noch ein bettler den geben wir noch ein bisschen kohle ist mich nur nein will ich nicht nein ich hasse diese dinge das kann ich dir natürlich nicht abknallen weil er hinten so eine scheiß drohne ist alle generationen können verpackt gute arbeit handlungen wie diese bringen mehr rekruten sieht er mich hier äh wie ich diesen beknackten drohnen hasse äh solltest du nicht irgendwo sein wir brauchen keine tüchen die einfach nur aber wenn man ein paar leute abknallen hier hier sehe ich aktuell kina ich habe jetzt noch eine scheiß drohne ey mal gucken wo es hier hingeht beförderung bedeutet chance ein typisches beförderungspaket besteht aus erweiterter rationen auswahl und einem umzug an die hauptstraße harte arbeit zeitlich wieder ein bisschen money oh radio radio ist immer cool komisch wieso wäre mir die eigentlich nicht angezeigt ey so hier haben wir so hier würde ich jetzt erst mal gucken was ich alles ausschalten kann so erstmal gucken was ich alles ausschalten kann das ist eine normale frau ist eine kamera mal eben v damit kriege ich ja mein handy das haben wir hier den können wir noch hier vorne laufen echt einige leute rum wir sind da so viele leute na wieso bleibt ihr da jetzt stehen na hier sind zwei den können wir noch einmal markieren den haben wir den haben wir markiert den markieren wir uns noch mal die haben wir markiert sind normale leute ich glaube ich will den jetzt erstmal einmal wegpratzen ok den habe ich nicht getroffen ach man bleibt doch mal stehen jetzt habe ich ihn getroffen ey der läuft ja noch ne der ist tot ok der ist tot hier waren noch vorhin noch mehr wo sind die hin hier ist noch einer der ist auch weg da rennt noch einer ich möchte da eigentlich gerne raus oh headshot so was haben wir da das ist nur so ein maler das wäre natürlich optimal um diesen komischen äh kvr-offizier zu ermorden da läuft noch einer fuck das war daneben immer noch daneben na die kriege ich natürlich jetzt nicht ach da ist er so schuss habe ich noch 15 schuss habe ich noch hier sind aktuell keine leute hier sind da läuft noch einer schön ins bein geballert na jetzt haut der spacko ab ey da hinten ist das ding was ich einnehmen will eigentlich hin wollte da ist er wieder oh meine fresse genau geht er hin gucken oh alter was ist denn jetzt los ey ok ok der ist da aufs feld gerannt ist nämlich hier oben mit der arm aus ah da kommt einer der ist auch weg verdammte scheiße lief schon nicht gerade noch irgendwo einer so der steht da wieder neun von zwölf befreiung schon da waren doch meiner meinung nach da rennt noch einer das war leider daneben genau guck da mal hin hallo darf ich jetzt hier von hier aus noch machen wenn ich das gleich von von drinnen mache dann habe ich ein problem kann da immer mehr oder was ey philadelphia kann ein beispiel ein leuchtfeuer für die anderen städte dieser nation sein zeigen wie amerika wie man vorankommt da habe ich nur noch sechs schuss Sehr gut, Brady. So werden sich uns noch mehr Leute anschließen. Beförderung bedeutet Respekt, Selbstachtung und Respekt anderen gegenüber. Werfen Sie sich noch heute bei Ihrem Vorgesetzten. So, dann kommen wir noch irgendwie was finden. Was wir noch nicht gescannt haben. Ja, anscheinend scheint hier sonst nichts zu sein. So, den Panzer müssen wir umgehen. Guten Tag. Danke, dass Sie, Sie sind. Ist jetzt sonst eine Improver drum? Vielleicht das Metall... Oh, fuck. Ist doch noch einer. Frage, ob der mich sehen kann. Vielleicht kann ich meinen Pfeil wiederholen. Oh, da ist eine scheiß Drohne. Wo ist die Drohne hin? Ist die jetzt hier runter geflogen? Aktuelle Kriminalität... Also da steht noch irgendwo einer. Oh, fuck. Hier sind ja Leute. Wie sind hier so viele Leute? Hä? Was war das? Was war das? Oh, hier ist natürlich einiges los gerade. So. Ach, es ist ja. Oh, jetzt spüssä wie müssen Sie die Zwischein待zengelżeuen angekommen? Oh, ich muss jetzt noch verarbeiten. Ja. Oh, das wäre sehr lieb. Wie forren's ja noch auf Network Instagram, an den Team zurückweisen wollte, ミ Entwicklung. Die Landwirtschafts-Teams melden eine stetige Zunahme an den Erkrankten. Was? Vergiss das! Woher du vergiss das? 70 Jungs, um die Jungs zu vermitteln! Vergiss das! Wir haben uns nicht in den Köln. Bleiben Sie ruhig und helfen Sie den Behörden bei Ihrer Arbeit. Wow! Und hier finden die mich jetzt nicht, oder was? Also wir haben drei Stück hier auf jeden Fall. Plus diese beschissene Drohne. Boah, meine Güte ey! Na, ich sehe ihn laufen da vorne. Boah ey, meine Fresse! Jetzt läuft er da. Aber wenn ich jetzt rausgehe, dann habe ich ein Problem. Komm, lauf mal weiter. Das war ich nicht. Ich... So, neuer Versuch. Guten Tag! Können wir hier noch was mitnehmen? Gute. 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 dann will ich jetzt wie gesagt erst mal ich, ich helfe euch hier seht ihr das nicht? meine Fresse so, ah, steht da natürlich wieder einer bei dem Kerl fuck, 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 fuck mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen oh, die Fresse kommen wir da rein? ne nix, ich guck nur so, hier haben wir so kommen wir hier durch nein kommen wir da hoch nein aber hier ach, der Moll so dann schauen wir doch mal dass wir es mal einnehmen können hier das wird ja auf jeden Fall das Gebäude hier sein ach, die Schnauze weil hier können wir auch irgendwie was machen schauen wir hier doch mal also das ist wahrscheinlich für das Radio äh, hier oben aber auch Radios sind cool bringt mal das sonst irgendwas, wenn ich hier bin na, anscheinend nicht wirklich schnell rein hier oh, was haben wir denn hier? ah, hier bringt man das nicht wirklich viel geht da lieber schnell wieder rein irgendjemand oder irgendwas hat mich gesehen so, ich möchte aber jetzt gerne wissen wie ich da in dieses beknackte Haus reinkomme muss man doch irgendwie reinkommen können ey das Fenster habe ich zerschlagen ich kann hier auch noch rein ach so, das war das Radio was ich hier aktiviert habe ah, da wollte ich eigentlich nicht hin ich wollte eigentlich hier runter bringt mir hier nix bringt mir hier nix ob das 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 mir nix ein Leben gekostet hat so, wie komm ich da oben jetzt rein das ist versiegelt worden auf jeden Fall ich will jetzt hier auch nicht unbedingt eine Bombe zünden hier kann man aber noch mal was kaputt machen so, irgendwie muss ich da doch reinkommen können ok ich versuch's halt mal mit einer Sprengladung Sprengstoff ist da nix gebracht können wir da irgendwas machen aber war ja klar jetzt suchen sie mich natürlich ach du meine Güte ja ich bin auf jeden Fall im Arsch weiter noch mehr Leute auf uns und weiter aktivitäten in dieser Zone bitte bleiben sie ruhig und helfen sie ihren Ermittlung wow 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 oh, ich war eine scheiß Idee deine scheiß Granate zu zünden gut und wie es weitergeht das sehen wir dann in der nächsten Folge von Homefront also bis zur nächsten Folge Tschülüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü